...ein Stimmungssponsum. Hat euch das Ungefallen? Nicht zu viel, sonst wird es übermütig. Dann weiß es die Leute wieder in der Pause. Wir haben hinterher den Schaden davon. Ich spiel Klavier, ich spiel Klavier. Wir bleiben ein bisschen in der Stimmung. Es wird jetzt noch trauriger, weil Frank Mohler spielt jetzt Klavier. Ich komme damit. Wenn es so sehr traurig wird, komme ich runter und verteile kostenlose Taschentücher, wer es braucht, kann. Kurz die Hand hier. Ich gebe es mal. Meine Herren. Alola. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für's Zuschauen!